Heeey Warum habe ich den Typen nur schon mal gesehen? Im Playboy Hast du mal gesehen, wie eine Hyäne ein verwundetes Tier umkreist? Jaden Verstecken, verstecken, verstecken! Ach, das gibt's doch nicht! Nur weil ich wieder Pixel genau davor stehen bleiben muss, damit es aktiviert wird Meine Prinzipien sind den Bach runter Hier ist niemand Hier ist... Komm, geht weiter! Ich fass es nicht, die gehen wirklich weiter Okay So Ich will die Techniker... Da hinten liegt sie Ich glaube, das ist sie Und da liegt noch was Hast du das Zeug schon ausprobiert, das ich dir gegeben habe? Klar Was? Boah, der Beweis hat mir grad den Instinkt gerettet Moin Ja So, mach mal hier F Oh, boah, super Warum die Verzögerung, Jade? Mein Problem mit dem Kran müsste aber gleich wieder funktionieren Sehen Sie zu, dass es tut Ah, ich kotze gleich im Dreieck Ah 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 Ich will so eine Techniker-Verkleidung, ohne dass ich da großartig... Ey, da liegt die mittendrin So fünf Leute drauf gucken Ganz ruhig jetzt Wenn Sie erfahren, dass Sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden Sie Fragen stellen Mhm Warum Wernuth wirklich übergelaufen ist Über Ihr kleines Forschungsprojekt Ja, dann kommt alles ans Licht Aber ich werde nicht untergehen, nur weil Sie von einer Totufe zessen sind Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage Sie... Warum geht er in diese Richtung? Sieh, sieh, oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabräder Zentrale, hier ist immer noch was im Gang Ich kümmere mich darum Handaufwurt getötet So, schnell nach hinten Aua, aua, aua Und hoffen, dass wir hier halbwegs Sicher sind Aua Äh, hier gibt's nichts zum... Hier gibt's keine Deckung, verdammt Aua Blöde Idee, blöde Idee Wenn Sie Personen töten, die keine Ziele sind, dann erhalten Sie Minuspunkte Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Korb gelogen haben Wenn Sie erfahren, dass Sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden Sie Fragen stellen Warum Wernuth wirklich übergelaufen ist Über Ihr kleines Forschungsprojekt Ja, dann kommt alles ans Licht Aber ich werde nicht untergehen, nur weil Sie von einer Toten besessen sind Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance Nutzen Sie sie, oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabrede Ja Ja Hi Ich glaube, wenn ich diese Technikerverkleidung habe, dann ist alles um einiges... Hi 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 Ist alles um einiges leichter Hast du mal gesehen, wie die Hyäne ein verwundetes Tier umkreist? Gate weiß, dass Travis erledigt ist Geh mal gucken Geh mal gucken Komm, geh mal gucken Hey, ist da jemand? Hey Ach, ich leck mich doch an die Füße, ey Ich guck da jetzt zu Ich hab da jetzt keinen Bock, mich wieder zu wehren, weil... Das sind mir eh viel zu viele Hallo 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 Muss ich mich doch wehren Danke Wie lange sind wir denn jetzt schon dran? Eine Stunde und sechs und davon sind 15 Minuten... Hilfe, Hilfe, ich muss aufs Klo, ich muss aufs Klo... Und, äh... Fail Fail ist einfach nur Fail Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Hope gelogen haben Wenn Sie erfahren, dass Sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden Sie Fragen stellen Warum Burnwood wirklich übergelaufen ist Über ihr kleines Forschungsprojekt Ja, dann kommt alles ans Licht Aber ich werde nicht untergehen, nur weil Sie von einer Toten entdeckt sind Der Aufsichtsrat werden glauben, was Sie noch sagen Sie wollen in der Oberlinie... Ich... Mann, ich wollte den nicht das direkt brechen, ich wollte nicht Narre haben, Mann Oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabräder So Aua, Aua, Aua Scheiße sieht's aus, aber... Nutzt ja nix Ach, 12 Schuss insgesamt Ich... Ey Leute, was habt ihr denn für Wachen, die mit 12 Schuss Munition durch die Gegend laufen? Okay So, du Bitch Wo muss ich raus? Da hinten Ähm... Das war jetzt überraschend easy Was, drei Leute? Den muss ich denn jetzt umlegen Die Praetorianer Okay Tututututu Feindliches Gebiet Super Travis an Petoriana Höchste Alarmstufe Schießt die rein und schießt auf jeden, der sich nähert Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen Okay Was haben wir denn hier sonst noch so... Das ist gut, dass es jetzt weiter geht, weil ich war kurz davor, eine Aufnahmepause zu machen Ähm... Ja, ich glaube ich versuche auch gerade so ein bisschen mit Druck durchzukommen Weil ich will jetzt endlich wissen, wie es zu Ende geht Weil das kann nicht mehr allzu lange dauern Tut mir leid, aber so ist es so bin ich halt So... Hoch Okay, eins, zwei... und da hinten läuft Nummer drei Und hier ist alles vermint Und hier ist alles vermint Was? Was? Ich habe beiden den Kopfschuss verpasst, also dem ersten vielleicht nicht so... In der Agency wirst du gekillt Jo, jo, jo Ich schneide dir mal die Fingernägel an der linken Hand, Mann Okay, also bei dem ersten hätte ich noch sagen können Ja, den habe ich nicht ganz getroffen, aber den zweiten haben wir schon voll in den Headshot verpasst Okay Travis an Petoriana Höchste Alarmstufe Schießt die rein und schießt auf jeden, der sich nähert Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen So, du kannst mal gehen, danke Er hat sich umgezogen Euer Fall So, das war Nummer eins Boah, alter, der hat mich schon komplett auseinandergenommen, der Typ Ja Super, zwei Schuss von den Jungs Und das war's Hallo Hast du die Agency wirst du gekillt? War leider die Agency wirst du gekillt? Na gut Prost Ich muss dir unbedingt mal eine ganze Munition fürs Scharfschützengewehr im ersten Level ausgeben Für so paar Bauern Echt Selbst schuld Da geht's nicht rein Hier geht's eigentlich nirgendwo rein Komm, geh mal nach oben Und dann Dahin Wenn dann Schnauze So, John Hoplone Das war's du Hammer Scheppern Kräer Jo Mann Mann tja gibt es jetzt hier ein geduldsspiel wer kommt zuerst aus der deckung ja anscheinend man ihr wollt nicht da muss ich immer mal den hundeknochen her wir sehen die zielpersonen holen wir uns soo das sagt gut komm komm raus mein freund ist nicht so schlimm von da triffst du mich nicht richtig auch nicht so haben wir noch einen hundeknochen nein wir haben keine hundeknochen mehr verdammt ja das kannst du knicken dass ich da jetzt rauskomme was gibt es denn hier da gibt es noch da will ich nicht rein versuch ich versuche es bin ich der erste der aufgibt ja klar so freund der sonne alles klar zum krematorium was haben wir denn hier agentur sps 12 und agentur az 160 ja whatever mach mal da ist wenigstens munition drin oh nein das darf doch wohl jetzt nicht wahr sein das habe ich überhaupt nicht gesehen oh ich voll das war nicht die agency das war meine eigene blöd hat die mich gerade gekillt hat auch 2 ihr f